WM-Gruppe F Deutschland schreck Mexiko gewinnt auch das zweite Gruppenspiel gegen Südkorea und stößt damit das Tor zum Achtelfinale weit auf. Ein Ex-Leverkusener entscheidet die Partie. Die ehemalige Leverkusener Kicharito hat Mexiko zum zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel der WM 2018 geführt. Der Stürmer traf beim 2.11.0 Erfolg über Südkorea in Gruppe F und holte zudem einen Handelfmeter heraus, den Carlos Vela verwandelte. Hong-Min Son brachte die Südkoreaner in der Nachspielzeit noch heran, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden. Nach dem überraschenden 1-Doppelpunkt-Null-Sieg gegen das DFB-Team zum WM-Auftakt stehen die Mittelamerikaner damit mit sechs Punkten an der Spitze der Deutschlandgruppe und sind nur theoretisch von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen. Mit dem Sieg erhöhten die Mexikaner zudem den Druck auf das deutsche Team vor der wichtigen Partie gegen Schweden. Deutschland braucht einen Sieg, um den Einzug ins Achtelfinale in eigener Hand zu haben. Ich habe kaum Worte, um meine Gefühle zu beschreiben. Das ist schöner als ein Traum. Wir genießen diesen Sieg, sagte Kicharito, der sein 50. Länderspieltor erzielte. Jetzt gilt es, sich auf Schweden zu fokussieren. Da wollen wir wieder drei Punkte holen und Gruppensieger werden. Wir wollen uns nicht rühnen, sondern nur Mexiko glücklich machen. Meine Spiele haben alles versucht und bis zur letzten Sekunde gekämpft. Die Auswechslungen haben nicht vorgenommen, um das Offensivspiel anzukurbeln, sagte Südkoreas Trainer Shin Tae-yung, dessen Team nach der zweiten Turnier-Niederlage nur noch theoretische Chancen aufs Weiterkommen hat. Mexiko begann wie beim Erfolg gegen Deutschland forsch und schnürte die Südkoreaner früher in der eigenen Hälfte ein. Die erste dicke Torchance der Partie hatten jedoch die Asiaten. Fang He-chan vernaschte Edson Alfauts im Strafraum, seine Heereingabe klärte Hirving Luzano in letzter Sekunde vor Yang Lee, 14. Kurz darauf vergab Hong Min Son die nächste Chance zur Führung Südkoreas, der ehemalige Lefer Kusner zog dreimal ab, jedes Mal war ein Mexikaner dazwischen, 22. Postwendend ging Mexiko per Handelf mit der Entführung. Carlos Vela verwandelte eiskalt ins rechte Eck und ließ Mexiko jubeln, 26. Yang Yun Son hatte einen Schuss von Kicharito an den Arm bekommen. Es entwickelte sich jetzt ein offener Schlagabtausch mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. Erst schoß Vela knapp übers Tor, 28. Dann scheiterte Son mit einem Freistoß aus 25 Metern, 32. Nach der Pause übernahm Mexiko wieder das Kommando und erhöhte durch Kicharito auf 2.0, 66. Luzano bediente den Stürmer mit einem feinen Pass, der Yang mit einem Haken aussteigen ließ und aus kurzer Distanz ins Netz traf. Dem Tor ging allerdings ein umstrittenes Foulspiel der Mexikaner im Mittelfeld voraus. In der Schlussphase bäumte sich Südkorea noch einmal auf. Der Anschlusstreffer durch Son kam allerdings zu spät, 90.3. Der Stürmer traf mit einem sehenswerten Distanzschuss aus 20 Metern. Die Mexikaner brachten den Sieg jedoch insgesamt sicher über die Zeit. Liebe Leserinnen und Leser, wir wollen alle Debatten auf deonline.de schnell und sorgfältig moderieren und können deswegen aus der Vielzahl unserer Artikel nur einzelne Themen für Leserdebatten gezielt auswählen. Dabei ist uns wichtig, dass sich das Thema für eine konstruktive Debatte eignet und es keine thematischen Doppelungen in den Diskussionen gibt. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Aufstellung der aktuellen Leserdebatten finden Sie auf unserer Übersichtsseite. Mehr zu unserer Community erfahren Sie in unseren FAQ. Wir freuen uns auf angeregte und kontroverse Diskussionen. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team Recomfältig